Heute wollen wir uns mit der Aquarienpflege beschäftigen. Wie viel Arbeit macht so ein Aquarium eigentlich? Die meisten haben wirklich die Vorstellung, dass ein Aquarium super viel Arbeit macht und ich behaupte, ein Aquarium macht weniger Arbeit als jeder Hamster. Es ist wirklich das pflegeleichteste Haustier, wenn man von einem Haustier reden kann, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und vor allen Dingen in der Urlaubssituation ist jedes andere Tier problematischer. Futter, Aquarium, Futterautomat und Schluss. Was müssen wir tatsächlich täglich machen? Täglich haben wir erstmal Freude am Aquarium. Täglich bedeutet aber auch, dass wir mal reingucken und die Fische beobachten. Zum Beispiel, wenn man füttert, ob die Fische auch wirklich fressen. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung, denn wenn die Fische, hier können wir sehen, wie sie ans Futter gehen, wenn die Fische nicht ans Futter gehen, dann stimmt da was nicht. Entweder sind die Fische neu, dann fressen die erstmal nicht. Aber wir reden ja jetzt über ein Aquarium, was die Tiere schon ein bisschen bewohnen. Ich nehme mal verschiedene Futtersorten, weil einige Fische sind daran gewöhnt, dass sie an der Oberfläche fressen. Einige sind daran gewöhnt, dass sie unten fressen. Die hier sind ja nun relativ frisch in den Becken. Deswegen weiß ich nicht genau, was die bevorzugen. Ah, die lieben mehr das Futter an der Oberfläche. Sollte ein Fisch nicht fressen, dann stimmt was nicht. Dann ist der krank, hat irgendein Problem, irgendwas ist nicht in Ordnung. Also immer mal kurz mitgucken, wie verhält sich, wie verhalten sich die Fische beim Fressen. Zur Futtermenge ganz kurz. Ich habe jetzt sehr wenig Futter reingetan. Das ist tatsächlich für diese Anzahl Fische ein Tick zu wenig. Wenn aber, ich überfütter jetzt mal bewusst, und ich drücke das mal unter Wasser, das Futter, dass man das auch sehen kann. Diese Futtermenge, wo ganz viel, und man sieht das auch sehr schön, in die Dekoration gelangt, nach unten fällt, da haben wir zwar die Panzerwelsen, die uns ein bisschen helfen, aber das ist zu viel. Die Fische müssen das Futter in wenigen Minuten auffressen. Dann ist es die richtige Menge. Schwimmt dann nach paar Minuten, ist ein dehnbarer Begriff, mehr als drei Minuten, maximal fünf. Aber eher drei Minuten, schwimmt dann noch Futter rum, war es zu viel. Und dann war es wahrscheinlich auch deutlich zu viel. Eine tolle Hilfe für den Anfänger ist so ein Klickdosierer, weil man nicht so richtig weiß, wie viel Futter die Fische brauchen. Einmal klicken ist für fünf Fische. Und dann hat man schon mal eine Idee, man beobachtet natürlich trotzdem, ob Futter übrig bleibt, aber hat man eine Idee, ob das die richtige Futtermenge ist. Temperatur kontrollieren. Wer weiß, es kann im Zimmer zu warm sein, es kann der Heizer kaputt sein, es kann alles Mögliche sein. Ein Blick auf das Thermometer, ist die von uns gewünschte Temperatur um die 25 Grad auch wirklich vorhanden oder stimmt die nicht? Sollten wir keine Lust, keine Zeit für das tägliche Füttern haben, also ich empfehle es schon tatsächlich zu machen, wegen der Beobachtung, ist ein Futterautomat eine ganz, ganz praktische Sache. Der wird einfach eingestellt, wie oft er füttern soll. Er wird eingestellt, wann er füttern soll. Und es kann sogar eingestellt werden, wie viel er füttern soll. Und zwar bei jeder Fütterung einzeln. Da kippt man einfach das Futter rein. Und man sieht, da passt sogar eine ganze Menge rein. Der ist sogar so praktisch gemacht, dass man eine Futterdose natürlich offen da oben drauf drehen kann. Dann hat man nochmal 250 Milliliter Futter mehr. Dann wird der draufgestellt. Ich hole mal die Abdeckung, um das mal kurz zu demonstrieren. So, und dann gibt es eine Taste. Da kann man auch manuell füttern. Mal sehen, ob er das auch macht. Er macht es. Zack, das war ganz wenig Futter. War auch bei... Achso, Moment, es ist noch kein Futter in der Schnecke. Am Anfang muss man ein paar Mal mehr draufdrücken, dass erstmal Futter in diese Schnecke gelangt, die dann die Fische füttert. Jetzt kommt der Futter raus. Viel zu viel. Okay, prima, sehen wir gleich die Überfütterung. Das war jetzt, weil ich manuell draufgedrückt habe. Aber so funktioniert er. Ich habe ihn eingestellt auf dreimal am Tag, morgens, mittags, abends. Eine kleine Futtermenge. Und dann passt das. Es gibt noch eine Sache, neben Füttern und Temperatur, die man täglich machen sollte. Wenn man empfindliche Pflanzen hat, dann ist eine tägliche Dosierung eines sogenannten Tagesdüngers wirklich sinnvoll. Ein Tropfen auf 50 Liter Wasser. In dem Fall hier brauchen wir dann tatsächlich nur zwei Tropfen. Und das ergänzt den normalen Basisdünger. Wofür ist das da? Es gibt einige Inhaltsstoffe der Dünger, einige Mineralien, die kann man nicht auf Vorrat düngen, auf zwei Wochen, wie mit dem normalen Dünger, weil die durch den Sauerstoff im Wasser aufoxidiert verändert werden. Die rosten, auf gut Deutsch. Und damit man das verhindert, werden diese empfindlichen Mineralien über den Tagesdünger täglich zugegeben. Nur bei empfindlichen Pflanzen. Normale Aquarienpflanzen, überhaupt kein Problem. Da reicht der Basisdünger Ferropol. Ja, das ist eigentlich das, was wir täglich machen müssen. Und der nächste Schritt, was müssen wir einmal die Woche machen? Amen. orie Untertitelung des ZDF, 2020